Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen Discord. Kommt doch gerne drauf. Hier gibt es Infos, News, nette Leute und coole Themen. So, und daraus mache ich HE... Was? HE-CM. 2-4-7. 4-2-4-7. Und 5-2-4-6. Ach. Wow. So. Keep. Und external. Und die zieht er dann bitte ins ME. Richtig? Richtig? Richtig. Die scheint er zu ziehen. Ja. Muss ja auch nicht schnell gehen. So schnell kommt kein Reaktor hinterher. Tja, der ist zwar eigentlich entwickelt für HE-CF. Wir testen jetzt aber trotzdem mal gleich, ob der für HE-C Dingensbumsens auch geht. So, das ist Big Mama hier. Die werden wir jetzt mal anfeuern. Gucken, was das sagt. Das sieht gut aus. Das sieht wunderbar aus. Dann werden wir das Kabel dann mal eben hinziehen. Export. Export. So. Und ein Hebel daneben. Den wir erstmal auslassen, bitte. Das ist jetzt HE-C-M. Also HE-C Multi. Und Multi ist unberechenbar. Von daher. Hat er das jetzt? War es gefressen? Das sieht soweit ganz gut aus, ne? Das Einzige, was ich jetzt nicht habe, ist die Ströme. Wie habe ich das denn bei dem gemacht überhaupt? War ich schlau genug, das da drunter zu machen? Oh. Das fasziniert mich jetzt. Auf so vielen Ebenen. So. Ich bin ja gespannt. Was willst du anknallen? Dich. Du willst mich anknallen? Ja. Größer Buh, du. Das darfst du gar nicht. Oh. Nee. Nee. Größer Buh. So weit bist du schon. Ich arbeite mich daran jetzt, ja. Jetzt brauche ich nur noch einen Ex-In-Lamport. Dann dürfte er nämlich das Depleted HECM da rein tun. Ein Depleted HECM hat einfach einen Red pro Sek... Ja, einen Reds pro Tick. Ja, das ist eine Menge. Das ist ziemlich viel. Hm. Mehr als drei. Das stimmt nicht. So. Also solltest du nicht so viele davon mehr mit haben. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. So, das kann... Ach, das Küchensystem. Das kann hier mit rein. Ich habe noch einen Decay-Haste hier drin. Okay. Was kann ich hier eigentlich jetzt? Ach so. Oh. Dazu gehe ich mal überall rein gleich. Erst mal nehme ich mir die Bienen hier raus. Dann gehe ich dafür mal eben rein. So, jetzt. Marie wäre stolz. Ich bemal jetzt erst mal meinen Minecart, damit er schneller fährt. So, hier steht schon eins. Habe ich die Quest nicht mehr? Ultimate Suckening. Habe ich doch schon. Dann musst du vielleicht einmal auf... Äh... Glaube ich. Auf Detect drücken. Manchmal erkennt die das nicht von selbst. Ich meine, ich hatte die schon mal erledigt. Offenbar nicht. Also ich habe sie noch nicht. Jetzt sagt ein Lamprey, ein Bobbittwurm, äh... Zordzypray. So, jetzt fahre ich jetzt mal mit meinem Nuka-Cola-Card. Ich glaube, das alles hatte ich schon. Und dann, wenn ich mich nicht da bin. Ich würde mich nicht mehr so verlieren. Ich arbeite ihn für dich schon mal. Ich bin so, ich hab ici noch mal mit meinem Nuka-Cola-Card. Jetzt geht mir mit dem Nuka-Card. Also, wenn ich jetzt bin ich hier. Dann geht's! Dann geht's! Dann geht's! Dann geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ui, das wollte ich nochmal nachholen. Der hat mich irgendwie mit seiner Anwesenheit gerade ganz schön beleidigt. Aber wo kommt denn das Eisen hier rum? Hast du eigentlich schon mal das Extended Crafting von Astro Saucery genutzt? Nein. Oder ganz viele Sternbilder aktiv. Interessant. Ich brauche mal eben einen Mob. Das könnte jetzt Luciana sein. Unter mir sind... Interessant. Erstmal schön meine Mob-Farmen gebaut. Ah, schade. Gut, dann muss ich den nochmal entwarten. Dieses Bergbium sieht so geil aus. So, dann nehme ich mir jetzt meine Nuka-Cola-Cards. Brauch nicht. Nein, jetzt geht das Ding wieder weg. Oh. Oh. Das war's. Das war's. So, Frank. Komm mal her hier. Komm mal her hier. Frank! Frank! Wer ist Frank? Mein zahmer Frosch. Du hast einen Frosch, Frank, getauft? Ja. Peinlich. Wieso? Darf ich meinen Frosch nicht einen vernünftigen Namen geben? Darf ich meinem Frank nicht einen vernünftigen Frosch geben? Was? Du musst ihn in einer Fliege locken. Okay, Moment. Ich fliege. So, ich hab hier nur diese schöne hier. Die ist toll, ne? Fein. Muss ich meinem Fell dies Dings zumachen, dass man das überhaupt sehen kann. So. Kann ich jetzt aber eh nicht machen, weil ich da einen Spiegel für brauch. Irgendwann kommt nochmal ein Stream, wo ich einfach hier im Anzug sitze. Der vornehme Stream. Das wäre doch ein cooles Markenzeichen. So ein Stream, wo man immer im Anzug sitzt. 400 Priorität. Jetzt probier ich mal. Mit 3 Kilo Gel im Haar, ja, genau. Minimum. Und so weit wird es bei mir nicht kommen. So. Achso, jetzt wechsle ich mal wieder meine Rüstung. So. Depleted HECM 247. Und das gibt... Kalifornium. Und das muss ich... Dafür bräuchte ich jetzt nochmal ein Mist Dings bauen. Einen Mist bauen? Einen Mist. 291. Pff. Schwachsinn. Oh, Ströme sind empfehlenswert, hab ich mal gehört. Hm. Was bist du? 308... 70... 188... Was ist mit dir kaputt? So, bei dem Ding bitte. So. So kannst du ja auch große Mengen transportieren. Hm. Kannst du mal wieder alles auf einmal mitnehmen. Und du bist 388. Ah, da sollte jetzt rauskommen, Kalifornium 251, 252, 249 und Berkelium 248. So, das wollte ich nochmal eben ganz kurz machen. Kalifornia Dreaming. Das kannst du ja keine Kalifornium ATG herstellen. Nicht. Hm. Gibt es jetzt ein Stable-Unstable-Inget, ein Evil-Infused, ein Hizzler und ein Awakened. Mit dem Hizzler kann ich Turbinen-Controller machen. Ah. Allgemein Turbinen-Gedöns. Rotorblätter, Magnesium-Turbinen-Dynamo-Keule. Was heißt Spule? Ach was. So. Eule. Aber die gehören ja nicht hier rein. Die gehören denen. So. Falsches System. Ja, habe ich ja gemerkt. Okay, das dauert noch. Komm, ich mag das kurz zu dir. Ich werde mal was ausprobieren. Du hast nämlich mal ganz kurz eine Aufgabe. Nein. Das geht doch schnell. Hallo. Oh. Hau, ich bitte einmal. Ich würde sagen, der bringt was. Oder? Üh. Ich habe keine Rüstung an. Bitte mal von so. Mit der Faust. Au. Seitlich bringt der auch was. Jetzt sitzt hier dieser Bleibner mit neben mir. Von mir nicht. Bringt er schnell seitlich was? Ja. Das ist nicht ein schöner Effekt. Das ist nicht schlecht. Oh. Ich habe einen neuen Fahrstuhl entwickelt. Schön. Das sieht auch bei dir im Stream sehr schön aus. Äh. Oh, das kann nur ich. Hilfe. Ich glaube, ich hänge am Bücherregal. Ein schönes Bücherregal. Tatsache. Ich meine, wenn du mir jetzt boxt, dann bringt das nichts, weil ich das Reconnect-Schild habe. Das könnte ich jetzt den ganzen Tag machen. Oh, schade. Das Stream geht noch eine Stunde weiter, weil du musst dich jetzt auf den Boden glitschen. Oh, jetzt stecke ich auch fest. Kannst du dich selbst befreien, oder? Ja. Top. Darf ich warten, bis Nacht ist? Oh, ja. Gut, egal. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Stream, was, keine Ahnung, irgendwann sein wird. Und dann geht das auch wieder schön weiter. Also, bis bald. Bis bald.